Was geht YouTube und herzlich willkommen, endlich ist es soweit unsere erste Runde Nuketown mit Antonio dabei. Yo, es geht ab Leute, herzlich willkommen. Genau Leute, heute ungeschnitten, damit wir die Runde jetzt noch hochkriegen, wir haben unseren 500k-Leitungen so gesaugt. Dazu kommt morgen übrigens noch ein kleiner, aber feiner, eventuell, Prank an Anton online, dann weiß ich es noch nicht. Ich sag mal so viel, Anton war heute der einzige Spieler auf der Welt, der wahrscheinlich dachte, dass der Orbi gekommen ist. Egal. So, Freunde, die Nuketown-Playlist ist da, wir spielen jetzt und natürlich ist genau jetzt auch der Livestream online, also kommt vorbei, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und ich hatte mir so überlegt, dass ich mit der Scar spiele, weil das früher so meine Nuketown-Waffe war und du mit der Schwertfisch zum Beispiel. Mit der 9 am 8, genau. Genau, richtig. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht rum, es ist komplett ungekartet, Leute. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir heute beide negativ gehen, aber ist uns heute mal scheißegal, ne? Hauptsache ihr seht Nuketown. Wir spielen jetzt wirklich nur gegen Leute, ja, schon Nukleartiteln, wir spielen gegen drei Leute mit Nukleartiteln schon mal. Lass schon mal direkt Stellung machen, Marcel. Ja. Weil wir können ja nur Gegner haben, die auch mindestens so eine gute Leitung haben. Ja, ja, also Leute, wir haben hier wirklich... Und das haben ja nur Tryhards. Also es sind hier, es sind nur Leute, wir haben beide eine 500k-Leitung, haben es sofort in der ersten Sekunde runtergeladen. Das heißt, es müssen genauso schlimme Leute sein, wie wir, die das jetzt schon haben. Deswegen würde ich auch sagen, wir nehmen einfach die Lobby, scheiß drauf. Wir spielen die jetzt einfach. Wir werden jetzt so leiden, wir werden so leiden, das wird so schlimm, Leute. Wir werden, ihr werdet jetzt kein gutes Gameplay bekommen. Darauf werde ich erst von meinen kleinen, die längste Praline der Welt, Freunde. Alter. Mit uns beiden fünf Leute mit Nukleartiteln. Nice. Richtig nice. Ich frage mich, wie... Siehst du diesen Radiergummitypen? Stefan21685, wie hat er es geschafft? Oh, ein Nuklearkiller hat es gequittet. Okay, es ist soweit. Unsere aller, allererste Runde Nuketown, Digga. Oh mein Gott, come on. Oh Gott, Nasenbluten. Ich bin noch nie auf irgendwas so gefreut. Okay. Was passiert, wenn wir jetzt Nuklear machen, Marcel? Worst du erst Nuklear auf Nuketown? Digga, die Chance, dass ich es Nuklear mache, ist null. Ich meine es ernst. Nein, ich wollte Crash haben. Shit, okay, ich brauche mal so einen Plünderer. Ich habe Crash genommen. Warte, ich habe Plünderer drin. Warte, ich will tauschen. Nimm du Crash? Ich nehme Battery einfach. Okay, danke. Kein Problem. Ehrenmann. Hashtag Ehrenmann in die Kommentare. So, ungeschnitten, Leute. Wir haben schon mal einen guten Titan-Team mit. Oh mein Gott, unsere Team-Match, was die für Tarnung und Waffen benutzen. Das sieht so belastend aus. Und wir haben natürlich Stefan ins Team bekommen, der heute ohne Prima hat. Nee, doch, da hat er doch einen in der Hand. Okay, nevermind. Und Leute, ihr seht schon, es ist ein Nuketown-Only-Plays und es ist 6 gegen 6. Also, was jetzt hier abgeht, Leute. Ich habe selber schon ein bisschen Angst. Let's go. Oh mein Gott, Alter. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, Digga. Einfach Nuketown. Ich gehe direkt in den Carhead. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird so eine lustige Runde anzog. Ich kriege jetzt schon Last. Oh, ich habe fast die beste Szene in der Welt gemacht. Ich habe zwei so gut geholt und der letzte holt mich. Also Leute, ich bin auch komplett uneingespielt. Ich glaube, Anton hat heute auch nicht so viel gezockt. Also das wird... Oh, gerade hier ist einer außen. Let's go. Das wird so sweaty, Digga. Ich habe so Angst. Ich habe so Nasenbluten. Ich habe gleich meinen Zungen verschluckt. Ja, warte, ich versuche durchzupuschen. Ah, nee, Spawnflip, Spawnflip, Spawnflip. Oh, dieser Spot geht immer noch wie früher. Nein, 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 lass mich los. Ich muss los, bin Arzt. Nein! Okay. 1-SP-Flagge. Also Leute, wie gesagt, das Stream ist auch jetzt online. Falls ihr das irgendwann anders seht, dann ist das Stream wahrscheinlich nicht online, aber kommt mir trotzdem mal vorbei und folgen. Nein, bitte nicht. Oh, sweaty, Digga. Oh mein Gott, das ist so sweaty. Die Karte sieht doch schon krass aus. Oh mein Gott. Das Ding ist, also es scheint, sind das russische Buchstaben, also kyrillische Buchstaben da oben? Ja, das ist alles. Kannst du mir bitte alles übersetzen? Oh mein Gott, die machen so ernst, Anton? Oh mein Gott, Digga, es ist so sweaty. Es ist so sweaty. So, Spawn jetzt hier. Ich konnte deine Drohne schaffen. Oh, was stimmt nicht mit meinem Körper? Oh, ich habe es irgendwie überlebt. Bei mir läuft die Runde sogar einigermaßen okay. Pass auf, Anton, der außen ist einer. Teammate wurde so geschlachtet. Oh mein Gott, ich habe ihn so eliminiert aus dem Head, Bitch. Okay, ich habe UAV, ich habe UAV. Alter, wie kannst du das schaffen, Digga? Ich bin der Beste. Okay, die Granate kommt. Mach mal ein Kille, komm. Hier oben ist die ganze Zeit, ich bin auch oben aus, die ganze Zeit schon. Komm schon, jawohl, Großkaliber. Okay, Konterdrohne ist auch da. Okay, come on, come on. Alles klar, Leute. Ich weiß nicht, ich... Hast du auch Angst vor allen Gegnern? Digga, es... Ich habe voll Angst. Ich habe Angst, es ist einfach ein... Ich will meine Hellstorm gerade haben. Ich sweate... Ich habe noch nie in meinem Leben so auf eine Hellstorm gesweatet. Ah, ich habe die Hellstorm. Nice, let's go. Okay, come on. Oh, mein Gott. Was, nur drei? Ich habe noch in den Garten geschossen, weil ich gehofft habe, da kommt noch einer. Okay, gucken, ob die jetzt da drüben spawnen. Ich würde sagen, der Anfang ist okay für die erste Runde. Hier müsste doch... Das muss doch klappen, hier der Sport. Der hat früher immer geklappt. Der Schaft fehlt natürlich auf meiner Scar. Ich bin eigentlich noch zu Ende in Spawn. Anton, ich bin auf so einer guten Streak, ne? Wenn dich erst so klar mache, was kriege ich dann von dir? Digga, ich lutsche dir einen. Du hast so ernst gesagt, ich glaube es dir sogar. Nein, ah, mit ist einer gespawnt. Ich stehe 17 zu 4, ist echt gut. Nein, alter, jetzt sind die Spawns auch am Start. Also Leute, wie gesagt, gegen so eine Lobby seht ihr mich sonst nie auf YouTube spielen. Ich wäre der erste, der hier 10-fach quitten würde. Komm, spawnen die auch hier? Digga, eben waren zwei komische Spawns und jetzt spawnen die... Ich werfe einfach mal an diesen Nate da rein, gucke, ob das klappt. Oh Gott. Ich habe zwei Prozent lebens. Eieieiei, Digga. Okay, ich habe sie nicht bekommen, glaube ich. Ne, ich habe sie nicht bekommen. Oh mein Gott, mein Aim, Digga. Komplett struggle gerade. Sind die da gespawnt. Ohohoho! Er hat uns in 3P's auf Doom gedrückt. Ja, keine Chance. Nein, ich habe mich selber gesprengt. Ich habe Battery Specials und spreng nur eine Person, das bin ich selber, Digga. Oh mein Gott, alter, das ist so... Das ist die Karte, aber... Ja, die Karte gefällt mir auch mega. Ich habe gar nicht auf die Karte bis jetzt geachtet, Digga. Ich war nur auf Kills. Ja, ich auch, Digga. Das ist ja das Ding, das ist ja das traurige Mann. Weil wir können uns gar nicht so über die Karte gerade freuen. Und Digga, wie soll irgendein Noob diese Karte genießen in diesen Lobbys, Alter? Oh mein Gott. Anton, ich bin komplett überfordert, ne? Wirklich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, war das... Das war krank, Digga. Oh mein Gott, das ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder, Leute. Spawn die hier? Ne. Gleich spawn die eh hinter mir. Gleich, wenn Anton da noch weiter reinlacht, dann spawn die safe hier. Das Ding ist, das haben ja auch alle Geist. Ich würde nicht mehr mitkriegen, wenn einer hinter mir spawned. Okay, jetzt spawn die safe. Ja, die haben echt alle Geist, ne? Belastend. Aber Digga, das war gerade so ein geiler Moment, aus dieser Tür rauszugehen. Und diesen Spawn einfach so zu empfinden wie damals. Wuh! Digga, hier bei dem Auto links, rechts gehen. Ah, nice. Schade, Mann. Dröhnchen? Dröhnchen, Popöhnchen? So, meine erste Drohne geschafft. Let's go. Dröhnchen, Popöhnchen, ja. Oh, jetzt geh ich auch ab. Sauber, Digga, come on. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Digga. Ich weiß, der Typ hat 1 HP safe, Leute. Wie viel HP hat der sonst? Okay, den nehm ich mit. Den nehm ich auch mit, come on. Oh, die Falle. Aber da haben jetzt alle kein Geist mehr, oder was? Alter, der Einer mit der Titan. Ich hab aber Großkaliber. Nice. Jetzt spawnen der hinter mir safe. Konder Drohne. Oh! Oh, Alter, er ist viermal auf einer Stelle gesprungen. Na, keine Chance. Okay, nice, Drohne. Hätet gar einer, der das subscribt, obwohl ich nicht livestreame, alles klar. Ich stamm mir jetzt kurz mal ein bisschen die Karte an. Okay, Leute, ich bin eins von der nächsten Hellstorm. Ich höre hier irgendwelche Anzeigen, Digga, wie bei Black Ops 1. Oh, ich hab Hellstorm bekommen, Gott sei Dank. Marcel, erinnerst du dich noch bei Black Ops 1 bei Launch, wo die Rakete hochging? Da hat man doch immer so diese Stimmen gehört. Ja, ja. Ja, ich hab sowas gerade gehört, Digga. Stell vor, wenn jetzt die Rakete hochgeht. Ich komm, die geht am Ende hoch. Alter. Jeder Fight ist ein Scarf-Sprung. Aber komplett. Digga, das ist so sweaty. Oh mein Gott, Alter. Wie er um die Ecke gesprungen kommt. Oh, nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Man braucht hier auf jeden Fall eine Waffe mit Schaft. Oh, wie er gesprungen ist. Legende, der Typ. Ja, Schwartfisch ist ein bisschen schwierig. Ich bin ja bei Nuketown immer so ein mega passiver Spieler. Ich kann da nicht rushen. Ja, gegen die Gegend hast du doch recht. Boah, nice. Digga, dieser alte Spawn-Trap hier, Mann. Hier hab ich gestern noch die Highlights geschnitten. Genau an diesem Spot, Alter. Legendär. Okay, wir haben gleich wieder die Granate. Was macht der hier drin im Haus? Hier ist doch irgendwo einer im Haus. Ja, warte. Einen? Der hier ist weg. Achso, du meinst ein anderes Haus. Ah, der ist jetzt hier unten, oder was? Hä, wo ist der Dude? Okay, keine Ahnung, Alter. Der ist da in der Ecke. Ich hab da jetzt einen Nate reingeschmissen. Oh mein Gott, Anton. Ich bin so überfordert. Oh Gott. Oh shit. Ich hab wieder Blut rünstig. Nein, oben im Haus. Was war denn bei denen im Haus? Da ist auch noch einer außen. Zeig dich mal. Jawohl. Okay. Man könnte halt viel mehr Kills machen, Leute. Ich weiß. Ich bin auch gerade nicht so der beste Spieler. Aber egal. Ist halt erster Versuch. Ich muss es... Ist deine erste Runde auf des Tages, Digga. Ja, ja. Oh Gott, nein. Ich krieg den Tempest ab. Oh Gott. Guck mal, wie lange dauert es, bis ich wieder aufstehe. Vielleicht kann ich es überleben, irgendwie. Come on. Jawohl. Ich hab es echt überlebt. So, spawnen die jetzt hinter mir? Ne, einer ist hier. Hey, Digga, was? Irgendwo gerade. Vor allem bei uns auch irgendwo. Oh, hier ist der Nate. Der Hund, Anton. Hund, 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 Hund. Nein. Echt, echt. Er geht an dir vorbei auf mich? Er ist auf mich gegangen, der Hund. Ich bin vom Hund gestorben. Ne. Geh, Nate. Oh mein Gott, was ist das? Jetzt bin ich eingeaimt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viele sind da? Nein. Ich hab nochmal 200% leben. Oh, wir müssen die Stellung sonst gleich vorüber. Lass schon noch ein bisschen spielen. Die haben Taktiker nicht. Digga, ich werde so gesprengt. Oh mein Gott, was ist das für ein Fee? Hast du die gesehen? Er hat einfach das... Warte, ich versuch die Stellung. Ich hab die Stellung. Okay. Ich bin auch in Füllung. Die werden halt gleich so von allen Seiten. Ich krieg jetzt mal hier um die Ecke, damit ich hier wenigstens die Tür abäumen kann, Alter. Hat er dich? Warte, ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Ich lebe noch. Alles gut. Er ist zu den Bussen, das leide. Das Auto zerstört. Hab den. Okay, nice. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh Gott, jetzt werde ich glaube ich gesprengt. Ich glaube, jetzt werde ich gesprengt. Oh Gott. Ne, alles gut. Nein, 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 nicht Specialist rauszuholen. Nein, er hat mich gewallbankt, der eklige. Nein, nein, komm. Stellung, Stellung. Ich muss ihn aber schnell holen, sonst geht die Runde auch zu Ende. Er sweated so um sein Leben, Digga. Hab ihn. Noch einer drin, noch einer drin. 0,1 Sekunde. Man darf nicht mal contesten, Digga. Ah, belastend. Oh, du hast besseren Scores als ich. 50, 19, 50, 22. Ja, aber das war schon sweaty. Okay, Leute, jetzt auf jeden Fall die Runde bei Anton abchecken und danach in den Stream kommen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich mag die Map auf jeden Fall, aber es war halt so anders sweaty. Und ciao, ciao. Tschüss.